Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, kurz vor den Inflationsdaten oder wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, kurz nach den Inflationsdaten wird meines Erachtens nach vielleicht doch nicht so spannend, wie wir alle überhaupt erwarten. Wir haben die letzten Tage einen deutlichen Abverkauf gesehen, auch heute Nacht bzw. die letzten Tage ging es wieder ein bisschen ordentlich runter. Seit gestern jetzt ein bisschen Konsolidierungsphase. Das Setup hier, was wir hier gestern besprochen haben, leider immer noch nicht eingetreten. Wir sind weiterhin in der Stockstarre, um es ehrlich mal so zu sagen. Wir schauen uns auf jeden Fall an, wie ist der Plan jetzt bei den Daten, nach den Daten. Ich sage schon mal so viel, wir gehen in keinen Trade rein, solange die Daten nicht öffentlich sind oder sonstiges. Wir warten erst einmal ein bisschen ab. Doch ja, außerdem natürlich Ethereum schauen wir uns noch mal ganz kurz an und ansonsten auch noch die News. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonnierter Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock habt auf News, Updates, Signale, Videos, alles etc. Kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. So, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Bitcoin momentan bei 27.700 US-Dollar. Wie gesagt, sehr, sehr wenig Veränderung. Das ist so ziemlich der Fahrplan, den wir gestern schon mal besprochen haben. Viel, viel wichtiger. Jetzt kommen gleich die VPI-Daten, also das heißt die Inflationsdaten aus den USA an. Prognose liegt bei 5%. Warum das hier oben nie aktualisiert ist, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. JP Morgan geht davon aus, weil ich es jetzt auch gerade gelesen habe, sollten wir bei zwischen 5 und 5,2% sein. Pumpt der Markt. Alles, was da drunter ist unter 5% ist bullish. Alles, was drüber ist, ja, keine Ahnung, wird vielleicht dann eher so ein kleines Dümmchen vielleicht ausarten. Aber grundsätzlich haben wir auch schon gestern drüber gesprochen, eine Erholung sollte meines Erachtens nach weiterhin möglich sein. Zumindest um mal das Golden Pocket zu hitten, weil ich meine, wir haben jetzt einen schönen Abwärtskanal gebildet. Je nachdem, wie wir das Golden Pocket ziehen, ist es entweder hier bei den 28,5. Das liegt mir sogar ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Nehmen wir das Übergeordnete, hätten wir hier sogar Luft bis 28.800 US-Dollar. Man muss dazu sagen, Funding Rates negativ, das heißt die meisten Leute sind einfach short. Wen wundert es die letzten Tage, nachdem es so runterging, versucht man natürlich immer weiter in den Trend zu gehen. Das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Viele Shorts bedeutet natürlich auch, wir haben eine Möglichkeit, nach oben viele zu liquidieren. Das ist, glaube ich, eher sowas, was ich mir jetzt ehrlich gesagt vorstellen könnte, was die nächsten 15, 20 Minuten dann passiert. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Bewegung sehen, denke ich. Wir haben, da werden wir jetzt gleich noch bei Ethereum drauf zu sprechen kommen, trotzdem hier unten nicht gerade wenig Stop Losses liegen. Ich denke, viele werden sich hier unten schon long eingedeckt haben, zumindest in den letzten Stunden, was wir hier so sehen. Der Trend minimal intakt, dass wir sagen, okay, wir haben so einen leichten Aufwärtstrend. Insgesamt sind wir natürlich immer noch in einem Abwärtstrend gefangen. Auch ganz wichtig dazu zu sagen. So, sollten die Zahlen rauskommen, ist natürlich alles möglich. Wir gehen erst runter, dann hoch, wir gehen wieder runter, bla bla bla. Deswegen, darauf würde ich jetzt erstmal nicht schielen. Für mich weiterhin, ehrlich gesagt, der Gameplan, solange die Zone hier hält und wir nicht drunter schließen, unter 27.261 Dollar, bin ich weiterhin bullish, dass wir zumindest hier oben das Ziel von den 28 Kammer testen. Kommen wir da drüber, wäre natürlich das übergeordnete Ziel, muss ich jetzt wieder ein bisschen verschieben, die 28.5. Und erst, wenn wir so zwischen 28.5 und 28.8 wirklich durchkommen, dann ist das bearish-Szenario meines Erachtens nach erstmal raus. Wir hätten das Golden Pocket durchgebrochen, wir hätten zumindest mal die Abwärtsstruktur an sich ein bisschen durchbrochen und könnten dann wieder weiter steigen. Sollten wir jetzt natürlich schon weiter abverkauft werden und ein Close unter dieser Marke eben bekommen, sehe ich da erstmal schwarz und die 26.200, 26.300 ist dann die Marke, die wir auf jeden Fall anvisieren sollten. Ihr merkt, es hat sich nicht viel geändert und daran werden auch die VPI-Daten aussehen, sie sollten jetzt katastrophal ausfallen. Das heißt, wir gehen Richtung 6, 7 Prozent wieder hoch, was ich nicht glaube momentan, aber man weiß ja nie hier, was da in den USA abgeht. Ja, solange glaube ich jetzt einfach nicht, dass solche Riesenbewegungen erstmal zustande kommen. Ich bin eher auf der Long-Seite. Ihr wisst, die Long bei 27.700 läuft noch. Wir sind momentan ziemlich auf Entry hier. Und die lasse ich auch erstmal noch ein bisschen weiterlaufen. Stop-Loss weiterhin hier unten, was haben wir gesagt, ich glaube 26.800 rum. Lassen wir auch erstmal so, beziehungsweise werde ich daran erst einmal zumindest nichts ändern. Auch jetzt nicht zu den VPI-Daten. Schauen wir mal, wie die Bewegung ist. Ersten Take-Profit auf jeden Fall um die 28.200 würde ich den nehmen. Einfach mal, um ein bisschen Risiko rauszunehmen. Stop-Loss Entry und dann schauen wir einfach mal, wie der Weg weitergeht. Das sind jetzt erstmal so ein bisschen die Pläne. Ansonsten, wie gesagt, hat sich seit gestern wenig verändert. Sehr, sehr viel Seitwärtsphase. Und genau, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier auch leider nicht momentan. Und das ist so, Ethereum ist eigentlich so die Marke, wo ich jetzt momentan zumindest sage, okay, hier sollte man ein bisschen aufpassen. Oder das ist das, was mir bei Bitcoin eben jetzt nicht so gefallen würde. Dass wir eben hier erst runtergehen. Der Plan war ja gestern, wir holen uns die Liquidität. Ihr seht diesen Wig hier runter, den Schatten mit sehr, sehr viel Pump-Volumen da drin. Möchte ich eigentlich nicht sehen. Ich möchte eigentlich sehen, dass wir den wieder rumfüllen. Deswegen war der Plan auch so. Noch mal runter, dann hoch. Der Weg hat gestimmt, auch jetzt hier runter wieder. Und dann der nächste Step nach oben. Also grundsätzlich hat es gestimmt, nur leider die Long nicht abgeholt. Ich bleibe aber dabei. Ich würde jetzt, der nächste Step, 1811, liegt meine Long. Also hier unten zwischen 1811, 1814. Signal werde ich natürlich noch in die Telegram-Gruppe reinposten, sollte es soweit kommen. Sollten wir jetzt einen dramatischen Abverkauf kriegen. Keine Limit-Orders rein. Ihr wisst, ich bin kein Limit-Order-Fan. Wir gehen dann Market einfach hier rein, sollte sich hier die ganze Situation ein bisschen entschärfen. Beziehungsweise sollte sich hier irgendwas nach jetzigem Stand ergeben. Ziel weiterhin, muss ich auch dazu sagen, sind hier oben einfach die 1940 Dollar. Wir haben aber schon gestern drüber gesprochen, die Marke von 1900 US-Dollar. Einfach psychologisch wichtig. 1900 US-Dollar Marke ist einfach eine ganze Zahl. Darauf ein bisschen Acht nehmen. Und hier die ersten Teilprofite dann auf jeden Fall nehmen. Sollten wir hier unten eben die Order nachlösen oder einfach noch auslösen. Momentan jetzt, ich würde einfach in keinen Trade reingehen, würde ich euch nicht raten. Ihr wisst, lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen, bevor man hier irgendwas überstürzt. Und dann im Endeffekt nach solchen Scheiß-News, Pumps, Dumps etc. pp. ausgestoppt wird. Ich glaube, das will keiner da draußen. Deswegen machen wir hier erstmal ein bisschen Pause und warten jetzt erstmal ab, was die Zahlen sagen. Und dann so eine Stunde warten. Den Rest können wir heute Abend, ihr wisst, 19 Uhr, heute Abend wieder Livestream. Also wenn ihr Bock habt, dann mit dabei zu sein, Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten um 19 Uhr auf dem Kanal mit Bitcoin, mit Ethereum, mit den wichtigsten News, die wir jetzt heute im Laufe des Tages noch kriegen. Und natürlich mit euren Altcoin-Wünschen, die dann morgen wieder auf dem Zweitkanal natürlich veröffentlicht werden. So. Ja, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin und Ethereum. Wie gesagt, es tut sich momentan einfach zu wenig, um hier jetzt ein ausführliches, langes Video zu machen. Meines Erachtens nach, ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz rüber zu den News, bevor wir hier noch irgendwas vergessen. Kryptobestände von Paypal wachsen auf eine Milliarde US-Dollar. Klingt erstmal gut, nur man muss hier dazu sagen, es sind einfach die Kundeneinlagen. Es sind nicht, dass Paypal hier eine Milliarde an Krypto hält. Nein, es sind die Kundeneinlagen. Trotzdem finde ich ein positives Zeichen. Dadurch, dass in Amerika den Leuten die Möglichkeit gegeben wird, über Paypal Krypto zu kaufen, finde ich ganz gut. Und da steigen eben die Einlagen. Ist ein gutes Zeichen für die Massenadaption. Die Frage ist, ist es für Retail-Denken wieder da ein bisschen so negativ? Wer weiß das schon. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das dann von meiner Seite aus. Jetzt warten wir mal die Inflationsdaten ab. Und ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, dann hören wir uns heute Abend um 19 Uhr. Wenn ihr noch eine Börse sucht, checkt gerne meinen Partner BingX ab. Dort kriegt ihr weiterhin Free Trades, wenn ihr euch anmeldet. Einmal in Höhe von 20 und einer von 30 USDT. Checkt das gerne ab. Damit würde ich sagen, war es das von mir. Wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.